So, Hallöchen, ich möchte dir heute in einem Quick-Tutorial zeigen, wie du so easy-peasy hier ganz leicht einen Item-Aufzug bauen kannst, der ratzfatz ist und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. So, diesen Aufzug hier, diesen Item-Aufzug, der eine oder andere kennt ihn schon, wir haben damit ja auch schon einen Personen-Aufzug gebaut, ne, ist praktisch fast dasselbe. Funktioniert auch super mit Items in der 1.14, denn wir wissen ja, Seelensand schießt einen nach oben, Magma zieht einen nach unten. Also, machen wir erstmal genau dasselbe wie beim Personen-Aufzug. Wir machen hier so ein Loch, hauen Seelensand rein, drumherum Glas, Wasser drauf, so, dass Bläschen kommen, so wie man hier sieht, ne. Das Ganze machen wir jetzt einfach so hoch, wie wir wollen, 1, 2, 3, ich mach das jetzt mal gerade ganz schnell, ja, sagen wir mal so 10 oder 20 Blöcke hoch, ne. Da hin, da hin, so, 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 äh, wunderbar, so, einfach so hoch wie du willst kannst du das machen, das ist kein Problem. So und so, wir sehen schon, da hinten sind wir auch fast genauso hoch. So, da Wasser hin, da Wasser hin. Wichtig ist, dass ihr an jedem Block hier Wasser macht, ja, also keine Lücke zwischenlassen, immer jeden Block so Wasser machen, dass wirklich der gesamte Balken hier komplett voll mit Wasser ist. Man sieht das hier mit diesem Shader schön an den Bläschen, wunderbar, die gehen bis oben hin. Jetzt sagen wir, wir wollen hier auf der Höhe, wollen wir unsere Sachen einsammeln lassen. Wir setzen, äh, hier setzen wir jetzt erstmal so provisorisch einen Boden hin, wo wir halt hinwollen, ja, weil wir brauchen ja eine Truhe, wo die Sachen rein müssen. Da setzen wir die Truhe hin, dann stellen wir uns mal gerade hier hin. Wir stellen uns hin, nicht reinspringen. Nehmen den Trichter, der muss natürlich in die Truhe rein zeigen, ja. Dann gehen wir hin, bauen hier noch einmal Glas drumherum, dass wir auf derselben Höhe sind. So, jetzt sieht man schon, na, das wird nicht klappen, ja. Äußerst selten. Jetzt gehen wir so hier hin, machen nochmal einen drüber. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wenn wir jetzt hier Wasser hin machen, dann läuft der über den Trichter und runter und tut alles unter Wasser setzen. Das wollen wir nicht, ja. Deswegen bauen wir das jetzt ein bisschen zu hier, einmal da, einmal da, dann läuft das schon bis hier hin, würde hier aber immer noch runterlaufen. Und jetzt können wir einfach eine Slab hier draufsetzen. Die Kiste geht noch auf und das Wasser dürfte jetzt nicht mehr hier kreuz und quer durch die Gegend laufen. Wenn wir jetzt hier noch einmal Wasser hin machen, sehen wir, es läuft bis hier hin auf den Trichter. Jetzt müssen wir nur noch einmal ein bisschen aufpassen. Wir müssen das jetzt noch einmal höher machen, weil das ziemlich schnell ist. Und es kann sein, wenn wir hier oben kein Dach drauf machen, dass die Items einfach nach oben rausschießen und irgendwo hinfliegen. Das wollen wir natürlich nicht, ne. Deswegen machen wir das hier und hier auch nochmal und machen dann einfach so mit Slabs oder ganzen Blöcken, wie du willst, nochmal so ein Dach drauf. Dass das Ganze bis hier hin so zu ist. So, dass die hier gegen die Decke knallen und hier runterfahren, äh, schwimmen. In den Trichter, in die Kiste, ja. Ja, wir testen das Ganze jetzt mal aus, hier mit einem Stack Kohle. Hier müssen wir natürlich noch eine, äh, eine Türe reinmachen, sag ich jetzt mal, um unsere Sachen reinwerfen zu können, ja. Ich nehme dafür wieder ein Zauntor. Ja, kriegen wir das hin. Dafür müssen wir erstmal hier, ne, bauen wir mal so und so, dass das ordentlich ist. Dann können wir den hier wegmachen. So, und ein Zauntor rein, damit nicht alles überflutet wird. Machen das auf. Funktioniert ja wunderbar. Jetzt müssten wir, wenn wir die Kohle so reinschmeißen und genau treffen, wir gucken mal. Hopp, sie ist weg. Sie müsste jetzt oben sein. Gucken wir mal, die müsste jetzt hier drin sein. Und siehe da, da kommt unsere Kohle. Wir nehmen jetzt mal noch einzelne und gucken nochmal gerade, dass wir die auch so reinschmeißen können. Wir sehen, da fliegt die ganze Kohle hoch, nach oben und ist wieder hier. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge, euer Ede.